Herzlich willkommen auf Linger Stando Gaming und heute springen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Lego Jurassic World. Diesmal auch auf der neuesten Konsole von Xbox, ja, denn, ja, ich muss das erste Mal gerade hier alles installieren, also hat ein bisschen lange gedauert, das Spiel jetzt hier nicht aufdrehen. zu nehmen zu können, denn, ähm, ich hatte das tatsächlich noch nicht heruntergeladen auf der Konsole. So. Meine jetzige Konsole hat auch einstieg, aber ich speichere, das heißt, ich kann ja jetzt mehr GameStore herunterladen. Das heißt, es wird nicht mehr so schwierig tatsächlich mit der Qualität. Beziehungsweise, wenn jetzt irgendwas schwer ist, ist dann halt nur wegen der Übertragung. So, hier müssen wir irgendwas finden. Ich nehm mal an, hier irgendwas. Aha. Hä? Hm. Kann keiner. Verwende einen mhm, wie die hat, um in dunklen Gebieten zu sehen zu können. Aha. Hier ist das Teil. Ich hab's gefunden. Das war gerade ein bisschen schwierig, das zu finden, tatsächlich. Dann drehen wir das jetzt hier mal. Stark. Aha. Perfekt. Ich hab den Schlüssel. Aber warum ist der Schlüssel da drin? Übrigens, ich hab dann tatsächlich immer noch Corona, ob meine Stimme jetzt wieder normal ist. Denken wir schon. Ich glaube, meine Stimme ist tatsächlich wieder normal. Ähm, ja, aber ich hab's tatsächlich immer noch. Diese Info wird dich von den Socken Allerdings lasse ich eben tue ich mich morgen testen und ich berichte euch dann davon. So. Gibt sie wieder so'n Tipp. Tipp. Hallo? Okay. Ich muss erst die anderen suchen. Ich bin sofort wieder zurück. Versprochen. Oh nein. Kommen da jetzt Dinos, oder wat? Ah ja. Kippie, was ist das? Ein Velociraptor. Nicht nur einer, sondern zwei. Kommen. Okay, jetzt geht's hier weiter. Gucken wir doch mal, was wir hier machen. Ich hab grad absolut keine Ahnung, was ich machen soll. Okay. Oh, die hören doch das Geräusch. Also, ich hab absolut keine Ahnung, was ich machen soll, tatsächlich. Ey. Ich glaube, ich muss irgendwas... Ah, da. Nee, ich hab's gefunden. Komm, ich nehme mich hier durch. Ich nehm mal kurz alles ein... Ich nehme mal kurz alles ein... Ich nehme mal kurz alles ein... Ah. Oh... Ah, okay, okay. Wider, wider, wider Okay, okay, ich glaube, wir müssen das andere jetzt hier hinschieben. Ja, aber sicher. Aha. Guck mal, was sind das hier alles für Zähnen, Alter? Zähnen. So, wie... ... so ein bisschen ist der. Egal. Oh, Zähne, komm ich jetzt auch dort? Oh... Aha, aha, aha. Ja. Nee. Ich glaube, ich muss das einfach schieben. Ja. Na, jetzt auch fast ihn nicht hören. Ja. 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 Krass. Oh, die riechen das. Ja. Und ich glaube, die kommen jetzt da hin und sperren die da rein. so einer ist jetzt eingestellt soviel dazu was muss ich nö der komplett sie durch die kommt der komplett sie wieder irgendwo durch so aber hier ok wir müssen erst das system neu starten aktiviert die türschlässer aktiviert die türschlässer die türschlässer ich würde sagen wie wir das machen das seht ihr in der nächsten folge leute wenn euch das video gefallen hat lasst gerne ein like und ein kommentar da schaut trotzdem auf mein desktop selber vorbei der ist unten in der videobeschreibung verlinkt achten wir die glocke damit ihr kein video mehr verpasst habt einen traumhaften tag haut rein leute euer ciao ciao bis zum nächsten Mal Vielen Dank.